Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Notkehr. Heute der Diabetiker-Witz. Mönn, sind wir weit. Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Notkehr. Heute der Diabetiker-Witz. Und zwar ist er von den Fans aus Karlsruhe. Von Aki, Bernd, Andi, David, Kai und Viktor. Und die haben jetzt zum Geburtstag am 26. Jahrzehnten eine Karte geschickt. Und dann, weil der Witz auch drauf. Und mal herzlichen Dank. Und, Moment. Und ihr könnt mir auch, ihr schickt mir über E-Mail, da könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Und, ja, Diabetiker-Witz, hier geht's so. Was steht auf dem Grabstein eines Diabetikers? Sein Leben war kein Zuckerschlecken. Was steht auf dem Grabstein eines Diabetikers? Sein Leben war kein Zuckerschlecken. Und Erklärung, Diabetiker dürfen ja keinen Zucker essen. Immer nur in kleinen Mengen. Und dann müssen sie spritzen und so weiter. Und deswegen dürfen sie keinen Zucker essen. Was kann natürlich für sie sein. Nur wenn sie unterzuckert sind, dann müssen sie ein bisschen Traubenzucker, damit sie nicht umfallen. Aber sonst dürfen sie keinen Zucker nehmen. Und deswegen war sein Leben kein Zuckerschlecken. Statt auf dem Grabstein. Okay, ciao, Kakao. Mit der Union.